So, mal zusammen. Alter Bursche. Willst du mich klären? So. So. Willst du mich klären? Nein. Alles gut. So sollten wir eigentlich heute verreisen. Mozart. Amadeus. Haust du auch gleich wieder ab, Amadeus? So. Haust du auch gleich wieder ab. Was ist los? So. Ha, ihr beiden doch. Komm her. Komm. Max und Moritz. Max und Moritz. So. Max und Moritz. So. Max und Moritz. So. 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 Welles. So. 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 Dein Kumpel noch? Komm her, Mozart. Was ist los? Schau her. Na, so. Amadeus? Oh, Mantrella-Vogel von gestern. Ja, siehst du das? So. Na, Amadeus, so. Bist du unruhig heute? So, ja, willst du abbrauen schon wieder? So, ne? Willst du schon wieder abbrauen? So. Alte Amadeus, so. Gleich wieder abhauen. So. Wer kommt da? Die Wolke. Die. Die Wolke. Komm her, Max. Komm. Ich bin halt. Komm. Du kleiner Spiller-Sach. Ne? So. Ja? Willst du mich queren? Ja? Hansi? Eine Runde Sprechen, sag ich euch. Guck mal, Sprecher. Na? So. Ich glaub, du bist der Max, ne? So. Guck. Bist du der Max? So. Nein, ne? Du bist die trommel Helene. Hm? Helene bist du, ne? Wo geht's denn, Helene? Zu. So geht's hin. Auf die Kamera. Ne, ne? Komm her. Kein Kameramann. Kein Kameramann. Kein Kameramann. Ja, da kannst du hin. Wolke, komm her. Komm her. Nein. Hau ab. Hau ab. So. Sieht leer aus hier, ne? Das sieht leer aus. Da haben wir nur einen Abhauer, ne? So. Da haben wir noch einen Abhauer. Komm her. Komm her. Okay. Alles gut mit dir? Du? Bist du der Max? Bist du der Max? U? Da ist der Moritz. Alles gut, Moritz? U? 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 Alles ist gut, ne? Na? Da? Hallo? Hallo? Alter Sausaktor, ne? Hein? Da? Komm her. Uh-uh. Räule. Hopp! Ha-ha-ha! Was spielen wir wieder? Rollen wir uns an den Berndhof? Was spielen wir beide? Hallo, ich kenne dich noch, bin ich jetzt am Morgen, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Kleiner Sousack, du kleiner Sousack, wir werden noch Freunde, wir müssen noch ein bisschen üben, wir beide, müssen wir noch ein bisschen üben. Schau her, Helene. Helene, da, wisst ihr was? Meine Helene, da, alles gut, ne? Was ist hier oben los? Wir beide müssen auch noch mal anfangen, ne? So, wir trennen, ne? So, komm her. Alles ist gut, ne? Ha, ha, ha. Was ist das denn, hm? So, genug gezeigt. Tschüss.